ok aber die nebenquests monster klappen das mache ich doch gerne ein paar dumme kobolde und legendärs artefakt ok so viel zeug hier drinnen liegen in der bank habe ich auch noch so viele hier What brings you here? I don't know. Oh, ja. Die Kreaturen sind anders als normal. Ah, na gut, wir haben gut auf Toilette. Ah, na gut. 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 Okay. was ist da zu dich verraten ein verbotenes buch gefunden und jetzt soll ich das da holen ok steht bestimmt böse zauber sprüche drin so darin auch den habe ich doch glaube ich ob oder mal gucken stehen ich auch wieso habe ich den nicht sich blöd ja dann habe ich halt nicht das ist das ist ja 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 Die Kräste ist in La Ciel. Was ist gerade passiert? Be careful, the creatures here are unique. Be careful, the creatures here are unique. Totenaufbeschwörung, okay. So Wiederbelebung, so was steht da drin. Ich sag ja, dunkle Nekromatie. Verbotene Magie. Spricht aber meistens von solchen Wiederbelebungsdingern. Verbotene Magie. Ich verstehe, der braucht aber lange. Be careful. The creatures here are unique. Be careful. The creatures here are unique. Oh, ist da gleich schon wieder Feldboss. Gut, die haben wir fertig. Wäre eh nur noch das letzte. Okay, machen wir gleich nach dem Feldboss. Ich sollte einen neuen Kreatur bringen. Es wird spannend, nicht wahr? Ich sollte einen neuen Kreatur bringen. Es wird spannend, nicht wahr? Ich sollte einen neuen Kreatur bringen. Ich sollte einen neuen Kreatur bringen. Ich sollte einen neuen Kreatur bringen. Ich sollte einen Kreatur haben. Das war's für heute. Nee, warte mal. Doch, die kann ich eigentlich schön wegpacken hier. Aber ist alles schon voll. Nicht gut. Alles schon wieder voll, ja. Das Zauberbuch der Weisen ist ein schriftlicher Aufzeichnung der Magie, nämlich nur von den fünf großen Weisen der Galagon verwendet wurde. Da dies jedoch nur eine mündliche Überlieferung ist, die von Banianen aufgezeichnet wurde, darf es nicht nachgeahmt werden und wird demnach als verboten erklärt. Okay. In der großen Weisen hat dieses Buch angewählt. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt muss ich in der Erde buddeln. Oh ja, das wird ein Fest. Ganz viel, wieder Schriftrollen öffnen. Hahaha. Hahaha. Okay. Okay. Was macht man eigentlich mit diesen Runensteinen hier? Man sammelt und sammelt und sammelt, kann man die nicht mal wegschmeißen oder sowas? Hä? Wie brauchst du für den Gear aufwerten? Ja, wow. Guck mal, wie viel ich davon habe. Ja, weil du den Gear aufwertest. Hahaha. Die Gebietsdanschluss kannst du übrigens abschließen. Schnellen Autokampf. War immer drinne, warst ja. Nee, muss nicht drinne gewesen sein. Und schnellkampf machen. Ein bisschen mehr als Dings was kann schnellkampf machen. Nein. Und das Erscheinungsbild Änderung, okay. Ah ja. Kannst du auch öffnen und den günsten daneben. Ja. Ja. Das ist nicht so. Ja. Das ist ja Epify. Hello, how are you? I really enjoy watching a broadcast. Keep it up. I have some recommendations for you that will greatly help you to improve your stream. Would you mind joining me on Discord? My username is Triple H. No. Bestimmt nicht. Tschüssikowski. Good. Well, it's up for now. I hope I do need it to do so. All right. I do have time for you to try to make your Euphinx. But like for the R ace, I will be able to play out. Good, you guys are on Discord. Good. I can, not too. If I do, we will go. Myriemx. It's got an empty item. Let's go. I can do it. Oh Oh Und mehr schrift rollen Immer Wasser Den Einschrift Ist immer so Oh 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 noch lügen dass ich das buch nicht gelesen habt aha kann er wohl nie wahr sein ja looking for something das buch war eine fälschung wurde falsch abgeschrieben das war schon